Die staatliche Saudische Nationalbank stützte die Bank Ende 2022 mit einer Kapitalspritze und hält seitdem knapp 10% der Anteile. Damit ist sie größter Anteilseigner der angeschlagenen Bank. Zweitgrößter Anteilseigner ist Katars staatlicher Investment von Qatar Investment Authority, QIA, der knapp 7% der Anteile hält. Andere Investoren schließen jedoch nicht aus, dass die Credit Suisse Hilfe benötigen könnte. An einer Investorenkonferenz fragte ein Investor Ralf Hamas, 57, CEO von UBS Group, ob die größte Bank der Schweiz bereit sei für eine mögliche Rettungsaktion. Hamas sagte, er wolle keine hypothetischen Fragen beantworten und fügte hinzu, das Wichtigste für uns ist, uns wirklich auf unsere Strategie zu konzentrieren, und das ist eine organische Strategie. Die Schweizerische Nationalbank lehnte es ab, sich zur Situation der Credit Suisse zu äußern. Bank kämpft mit hohen Verlusten und E-Mark Everlast, die Credit Suisse hatte erst kürzlich katastrophale Zahlen präsentiert und gleichzeitig massiven Rügen von der eigenen Revisionsstelle eingeheimst. Zudem heben die Kunden weiterhin Milliardenbeträge ab, was Marktbeobachter als höchst gefährliche Situation einstuften. Die christenge schüttelte Bank kämpft unter CEO Ulrich Körner, 60, nicht nur mit dem tiefen Misstrauen der Anleger gegenüber einer ganzen Branche, sondern leidet auch noch unter dem Desaster mit dem Hedgefonds Archegos Capital und den Greenschill-Fonds. Ende Februar stellte die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finmar fest, dass die Bank mit den Greenschill-Produkten schwerwiegend gegen ihre Aufsichtspflichten verstoßen habe und erlegte ihr eine Reihe von Kontrollauflagen auf. Anfang März verlor die Bank zudem ihren langjährigen Großaktionär Harris Associates. Der Preis der Anleihe-Ausfallsicherungen der Bank zog am Mittwoch weiter an. Fünfjährige Credit Default Swaps, CDs, auf Schuldtitel stiegen auf 574 Basispunkte, wie Daten von S&P Market Intelligence zeigten. Am Ende des Vortages notierte CDs bei 549 Punkten. Euro fällt, Dollar gewinnt auch der Crash der Credit Suisse und die Angst vor den Folgen der SVB-Pleite für Europas Banken setzten den Euro unter Druck. Die Gemeinschaftswährung fällt um bis zu 1,6% auf 1,0560 Dollar. Im Gegenzug erstarkte der als sichere Anlage geltende Dollar. Der Dollar-Index, der den Wert zu wichtigen Währungen misst, gewinnt bis zu einem Prozent auf 104,80 Punkte. Die Nachrichten der Credit Suisse von heute Morgen richten den gesamten Schaden an den Devisen-Märkten an, da die europäischen Bankaktien heute einen weiteren Schlag einstecken müssen, sagte Simon Harvey, Devisen-Experte bei Monex. Der Ausverkauf bei Bankaktien schüre nun erneut Bedenken hinsichtlich der Finanzstabilität, fügte er hinzu. Auch das britische Pfund und der Schweizer Franken schwächten sich ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017